29. April Sicher in Christus Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3, Vers 21 Abgesehen von ein paar wenigen wurden alle durch das Gericht Gottes in der Flut weggerafft. Auch das jüngste Gericht wird plötzlich kommen und alle mit einschließen. Alle, die in Christus Jesus sind, werden das Gericht aber ohne Schaden überstehen und sicher hindurchgeleitet werden. In Christus zu sein, ist wie in der Arche zu sein. Wir werden die Stürme des Gerichts sicher überstehen. Die Taufe, von der Petrus im heutigen Vers spricht, ist charakterisiert durch nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Es gibt nur eine rettende Taufe. Das ist die Taufe in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Aufgrund der Verbundenheit mit Christus gehen die Gläubigen in den Tod und werden begraben, um dann in der neuen Welt seiner Auferstehung wieder hervorzutreten. Die Arche Noah war eine Art Grab. Wer hineinging, starb der alten Welt. Als sie die Arche wieder verließen, erlebten sie eine Art Auferstehung, indem sie eine neue Welt betraten. Petrus erklärt uns, dass jeder Christ eigentlich eine vergleichbare Erfahrung macht. Im geistlichen Sinne werden wir ein Teil Christi und sterben der Welt, aus der wir kommen. Aber der Tag unserer Auferstehung rückt näher und ein neues Leben und eine neue Welt erwarten uns.